Musik 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 Also ich arbeite in der Samariter Stiftung und da haben wir in der Stiftung auch so einen Parcours und ich habe den da selber im Rahmen von einer Fortbildung schon mal mitgemacht gehabt und ich fand es total, dass es total viel Spaß gemacht hat einfach und man hat da richtig viel bei gelernt, fand ich auch, weil man dann gesehen hat, wie schwierig das eigentlich ist. Viele haben mittlerweile auch mit der Oma oder den Machbar oder so mit jemandem zu tun, aber man versteht ja oft gar nicht, warum die jetzt, keine Ahnung, irgendwie das Waschmittel in den Kühlschrank stellen oder so. Man wundert sich über total banale Sachen, wo man denkt, die müssten doch eigentlich wissen, wozu man Messer und Gabel benutzt, das haben die doch ihr ganzes Leben lang schon gemacht. Dass man da eben auch Verständnis schafft und sich selber mal in die Situation begibt und dann vielleicht auch versteht, dass das auch gar nicht so einfach sein kann, wenn man da irgendwie ein bisschen eingeschränkt ist. Also ich bin ja schon länger in dem Bereich tätig und habe mit Studierenden, wenn ich die vor 20 Jahren gefragt habe, habt ihr schon Erfahrung in der Familie mit Demenz? Da haben da vielleicht zwei von 20 gesagt, ja, meine Oma oder mein Opa, der hat eine Demenz. Dann sind es heute fast 100 Prozent, die sagen, ja, natürlich meine Oma, meine Opa, die haben was. Also das ist einfach ein Phänomen, das ist bei uns in den Familien und das ist natürlich auch was, mit was sich die Familien auseinandersetzen müssen. Also der Simulator besteht im Prinzip aus 13 Stationen und da geht es immer um die Erna, das ist quasi so eine fiktive Person, die an Demenz erkrankt ist. Und dann wird ihr Tag so ein bisschen nacherlebt, also quasi von morgens, wo sie sich dann anzieht, bis abends, wo sie Abend ist. Es gibt so 13 Stationen und die sind ganz unterschiedlich aufgebaut. Beim Frühstück zum Beispiel wird so gezeigt, wie schwierig das eigentlich ist, allein schon den Tisch zu decken und Kaffee zu trinken und sich ein Brot zu schmieren. Wie viele einzelne Teilschritte da dazugehören, wo man selber denkt, ja, Brot schmieren, klare Sache, ist nicht schwierig. Aber da gehört halt ganz schön viel dazu. Genau, und dann wird halt immer so, je nach Situation wird halt irgendwas, was schwierig ist an der Demenz simuliert. Zum Beispiel, die können ja auch nicht mehr richtig schreiben und dann wird eben mit ganz vielen Spiegeln auch gearbeitet, dass es dann spiegelverkehrt ist und so für einen normalen Menschen, was eigentlich einfach wäre, dann eben schwieriger auch gestaltet wird. Es gibt eine Station, die heißt Mittagessen. Da sind so Murmeln in einem Schälchen und vier Becher und die ist auch mit so einem Spiegel gemacht. Und man muss dann quasi die Murmeln auf den Löffel tun und dann in den richtigen Becher. Und da fand ich das schon richtig schwierig, die Murmeln überhaupt auf den Löffel zu bekommen. Also ging jetzt eigentlich auch so, das war mit der schwierigste Station. Das war mit dem Löffel zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017